Nee, in meiner YouTube-Bubble gibt es gerade nichts super relevant Spannendes oder sowas in der Richtung. I think we go gaming for now. Ich warte noch auf so eine Kreuzfahrt a la Wall-E, wo immer fetter werde in so einem Sessel. Ich warte auch noch auf so eine Kreuzfahrt, wo du dich beim Boarding halt in so deinen Fettisessel so reinsetzt und der fährt dich dann halt einfach über das komplette Schiff und überall, wo du hin willst. Und du schimmelst halt die ganze Zeit auf deinem Sessel. Und machst halt einfach nichts legit. Meißel der Welt, der bin ich ganz bei dir. Multiscreen und AMD soll nicht so gut sein. Ja, habe ich auch gehört. Ich weiß auch nicht von wem. Einfach zwei Wochen nicht bewegen, ja. Boah, da wäre ich auch dabei. Also, in Maßen. In Maßen. Ja, und was diese Screens hinten angeht, mit Kids bespaßen und so weiter, sowas kannst du natürlich auch alles ordentlich nachrüsten. Nur halt dann eben nicht mehr über das integrierte System dann halt. Das finde ich ja auch nicht so verkehrt, ne. Könnte ein Taco-Video empfehlen, kann ich einfach eine Stunde raus. Links kannst du immer posten, klar. Ja, fühle ich die Kreuzfahrt. Die, 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 you shall not move, Kreuzfahrt. Dankeschön. Nofonius. Alter, du hast ja auch schon richtig reingebuttert, was? Grüße gehen raus und natürlich noch von uns vielen Dank für dein, für dein Geschenksab hier. Vielen Dank. Seht ihr, ich kann auch ein Death Metal Sänger sein. Da ist der Grumble. Der Grunt is real. Äh, ich habe ein dicker Einkloss, das ist von meiner Maus zum Kustomisieren noch viel Fass vom Schalen. ASMR zum, äh, ASMR so. ASMR kann ich noch besser, pass mal auf. Ähm, das machen wir so. Sorry, ich kann dabei nicht ernst bleiben. Lächel am Mikro. Ist das dieses Dead Space? Nein, es ist das neue Wolfenstangen DLC. Ähm, die Ultimate Edition. Sorry. Geht wieder. Kategoriewechsel nicht vergessen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Scheiße, warum geht die Kamera immer noch nicht? Nicht eine Sekunde? Kamera geht wieder. Check, check. Check, check. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.